Hinter den Kulissen von Horst TV Horst und Dange sind wieder unterwegs. Heute zu den dritten Lage Classics zum Oldtimerpark Lippe. Und da begrüßt uns Dirk schon mit ein paar richtig guten Sprüchen. Guten Morgen! Sind wir hier bei den dritten Lippe Classics? Nein, ihr seid hier bei der Jahresveranstaltung des Volkswanderfreundes. Autos sind hier unerwünscht. Ich sehe, das Tor fehlt. Was ist los? Schon abgeräumt? Was? Ist schon alles abgeräumt? Ne, wir warten jetzt hier auf den Sparkassenfuzzi, der das Ding gleich wieder aufbläst. Ach so, dann müssen wir ja noch mal durchfahren gleich, wa? Also, da müsst ihr halt schon längst da sein. Okay. Aber wie das so ist mit den Vögeln, ne? Ja, ja, alles klar. Sparkasselist! Bis gleich mal, Dirk! Und wofür sind Sie hier zuständig? Für den ruhenden Verkehr. Susi, das passt doch gar nicht zu Dir. Ja. Da habe ich schon was ganz anderes gehört von Dirk. Ja, ja, ja. Man wird auch ruhiger mit dem Alltag, ne? Okay. Ja, man muss Prioritäten setzen. Ich sehe da ein Youngtimer noch ein Oldtimer. Schmeckt mal rüber. Wie sind denn hier die Kriterien? Wer darf denn auf den Platz? Die, die auf dem Kennzeichen ein Haar hinten drauf haben. Ja, die haben einen Oldtimer? Ja. Hast du Dienst? Die charmantesten Platzreinweiserinnen, die ich jemals getroffen habe. Das waren Agnes, Sabine, Jenny und Susi bei dem dritten Jahr der Klassex. Genau die richtigen Vergrüße an unserer Porsche 912 Group, Uhr 12er. Die Mädels waren super gut drauf und das könnte lustig werden. Ich sprach sie an. Wir sind, weil wir die Besten sind. Genau. Und ihr sorgt hier für Ordnung. Richtig. Dass hier keine Neuwagenfahrer auf den Parkplatz kommen. Genau. Die Stimmung bei den Mädels ist wirklich erfolgreich. Die Lippe grüßen den Porsche 912 Group, Uhr 12er. Die Porsche 912 Group, Uhr 12er. Uhr 12er? Das war schwer. Porsche 912 Group? Mach nochmal so. Ich sage Film läuft, Action. Wer spricht denn? Alle zusammen oder? Alle zusammen. Wenn wir uns verhaspeln, dann alle. Also wir vom Oldtimer Park Lippe grüßen die Porsche 912 Group, Uhr 12er. Also Kamera läuft, Action. Wir vom Oldtimer Park Lippe grüßen die Porsche 912 Group, Uhr 12er. Wir vom Oldtimer Park Lippe grüßen die Porsche 912 Group, Uhr 12er. Ja, also nicht Club, sondern Group. Ach, ist ja scheiße. Wir sind von Heinz-Steiner. Untertitel vonHOb.isch på Bildung.